Wo kommen wir nun hin? Wallbucht. 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 Weiter geht's. In die Wallbucht. Ich glaube, hier. Jetzt muss ich noch mal kurz testen mit dem Auftauchen. Wie tauche ich auf? Dieser taucht er nicht auf. Achso, mit B. Okay. Alles klar. Meine Augen brennen. Okay, gehen jetzt. What the fuck? What is das denn? What the fuck? What the fuck? Stirb. Ey. Lass mich erschrecken, du mieser Muschel. Nein, nichts. Zack. So, noch einmal. Dann haben wir ihn. Bam. In your face. Bitch. Ja, wie soll ich? Aha. Wo bin ich? Ich bin mir hier. Nein. Piranha. Oh, kleines. Ah, ah, ah. Nein, nicht unten. Ah, Feuer. Oben. Oben, 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 oben. Bin ich so richtig? Ich weiss... Bin verwirrt. So. Gut. Schauen wir uns hier ein wenig um. Vielleicht finden wir noch was. Aha. Was hat dein Lungen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. So können wir hier irgendwie... Irgendwo... Aha. Schau dir das an. Äh... Da können wir rauf. Wenn das richtig ist. Und? Schalter. Ich habe nicht getroffen, oder? Doch. Das ist der nächste Abschnitt. Scheiße, wir müssen doch mal zurück. Wieso kann ich hier klettern? So, wir gehen jetzt... noch schnell auf die kleine Tauchpartie hier. Mal schauen. Vielleicht ist es auch nur unnütz. Nein, keineswegs unnütz. Okay, den haben wir schon. Das ist wunderbar. Wir schauen noch mal nach unten, ob wir was vergessen haben. Weil ich möchte ja trotzdem so viel Lungs einsammeln, wie es nur geht. Gut, das war anscheinend nur einer hier unten. Wir versaufen. Okay. Gehen wir weiter. Na. Lass los. Nochmal speichern. So, nächster Abschnitt. Oder noch nicht nächster Abschnitt. What the... What the... What the... Nicht zerquetschen. Ein schlaffender Pirat. Pam. Nicht getroffen. Hallo, stirb. Boah, wie nah kommt denn der, ey? Ja, zwei Schüsse und tot. Ich rühre ein Käfig. Was haben wir da denn? Ein Fass. Gib mir das. Dann machen wir das hier kaputt. Fail. Etwas näher und... Fail. Willst du mich verarschen? Jetzt aber. War das nur der? Ja, anscheinend. Das ist doch... Gut, jetzt aber nächster Abschnitt. Wie ist es? Hey, Raymond. Charmin? Da war ich's gefangen. Die Piraten wollen ihr Fett haben. Warum? Um die Motoren des gefangenen Schiffs zu ölen. Hilfe schnell, bevor es zu spät ist. Bye, bye, du Nutte. So, wo ist jetzt die Carmen? Oder Charmin? Oder weißt du, was ist? Da. Ist ja aber keine Wahl drin. Das war knapp. So, irgendwo hier. Müsste doch sicher etwas so eine Art Schalter sein oder so. Ah, da ist der Wahl. So. Da haben wir eine Höhle. Warte, da können wir raus. Da können wir raus. Da können wir... Auch irgendwie rein. Egal, wir gehen so. Schauen, wollen wir rauskommen? Nein, nach oben. Nicht schießen. Was haben wir hier? Aha. Gut zu wissen. Irgendwas passiert hier doch, oder? Was ist das? Ah, Schalter. Ah, zum Atmen schnappst du meine Luftblasen. What? Ah, Granate. Ach so. Oh, das wird jetzt geil. Ja, ich hätte jetzt in Turbomachen sollen, ne? Ja, super. Aber da gehen wir jetzt nochmal hin. Warte. Ach so. Ähm... Dann muss ich jetzt... Moment, warte. Ich will... ... Ich will... ... Komm schon, mach schnell. Ja, müde. Nicht in die Wand. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Das ist scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. Wisst ihr was?